Einfach vom Felschti-Bitzen. Äh, schön wär's, wenn's so einfach wäre. Ich hab halt auch keinen Händler für gefunden, ne? Sag mal, die findet ja welche. Sie meint, die sind halt auch, wie zum Beispiel der Kurkumpf, einfach hier irgendwo im Feld. Sie hatte jetzt, glaub ich, 20 insgesamt. Also sind mir ja überlassen, weil ich die jetzt craften brauche. Aber ich habe noch nicht eine einzige Zwiebel mitten im Feld gefunden. Nirgendwo. Frühlingszwiebeln. Ohne Ende. Diese Heidelbeeren und Himbeeren und so weiter, die finde ich auch ohne Ende. Kartoffeln, Kohlköpfe. Aber Zwiebeln. Also stinknormaler Zwiebeln. Ich finde die nicht. Ich weiß nicht, wo die, wo die sein sollen. Oh, ich hab hier alles. Oh Gott. Und jetzt einmal hier wieder rum eiern. Nett. Ich brauche noch einen Namen für das Pferd. Bei Schleifer finde ich jetzt nicht so unbedingt passend für das Pferdchen hier. Mal gucken. Was kann ich denn eigentlich kochen für den Gesellen? Würste mit Kartoffelbrei. Grobe Schweinswurst. Ich weiß halt auch nicht, wo die Schweinswürste sind, ne? Haferflocken. Da fehlt mir dann das Hafer. Wasser und Honig kann ich mir, glaube ich, kaufen, beziehungsweise Honig kann ich finden. Kürzte Kartoffeln. Komplettes Hobbit-Frühstück. Hühnerei. Nähnchen-Eintopf. Pastete. Ja, und das hier könnte ich mir tatsächlich dann noch machen. Ein paar Zwiebeln habe ich. Damit könnte ich das dann... Gewürzte Kartoffeln. Ah. Okay, und wo, wo ungefähr? Weil ich habe sie im Auenland nicht gefunden. Im Breland habe ich sie bisher auch nicht gefunden. Wie gesagt, ich habe sie jetzt nur von... von Mappa gefunden. Äh, gekriegt. Und er hat im Auktionshaus. Im Auktionshaus habe ich sie auch bekommen. Äh, es geht um die Zwiebel in Mappa. Übrigens auch mal vielen lieben Dank, dass du mir die gegeben hast. Die retten mir nämlich so ein bisschen den Hintern. Weil hier, die ganzen Bären, die finde ich so... Unmass. Aber diese Kackzwiebeln... Äh, finde die nicht. Wichel fliegen. Sehen wir später noch genug. Mh... Ich habe hier geendet. Ah, hast... äh, hast du den Bauer? Beim Craften? Ja, ich habe bei mir... Warte mal. Äh... Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Weil ich Goldschmied und Schürfer in einem wollte. Hab den Kesselflecker. Da ich den Koch aber nicht, äh... ganz so nutzlos da... rumstehen haben wollte. Will ich den halt immer mal wieder so ein bisschen... machen. halt auch rum... die gekochten Sachen so besser zu verkaufen. Alles gut, Mapa. Alles gut. Erstmal habe ich ja welcher. Aber ich hatte halt... die Hoffnung, dass man die auch... irgendwie... hier so... findet. Ich will halt... den auch so ein bisschen mitleveln. Am wichtigsten ist mir ja Schürfer und Goldschmied. Das ist ja am allerallerwichtigsten. Weil ich wollte mir halt... meine eigene Waffe craften können. Deswegen... hatte ich mich... für den... Kesselflecker entschieden. Korrekt ist das Komplexeste, was man machen kann. Ich merke's. Ich merke's. Ich grüße euch. Goldschmiedekunst. Kann ich den schon? Ja. Also Jagdauftrag... Nee, brauche ich ja nicht nochmal. Jagdaufträge mache ich nur einmal. Erstmal. Ähm... Verkaufen. Kann ich mir von diesem Hügelgräber schätzen eigentlich irgendwas Wichtiges kaufen? Weil das, was ich bisher kaufen kann, finde ich relativ... sinnfrei. Beziehungsweise brauche ich das irgendwie, um... Kann ich auch die Kartoffeln uns so schicken, wenn ich welche finde. Das wäre cool. Weil Kartoffeln... Gut, habe ich jetzt auch welche noch im Lager? Ich glaube, da habe ich 10. Guck mal. Äh... Äh... Okay. Geht sehr gut. Aber wie gesagt, das, was ich mir davon bisher kaufen konnte, das... Brüchert nicht. Nicht mehr die Rezepte. Das ist ja schön. Kann ein bisschen dauern. Wie er hat, vielleicht falls... Das mal weg ist, dass wir welches Vorrat haben. Da glaubst du nicht ernsthaft dran, oder, Halbert? Puh, Mensch, wo bret 700? Ja, also ich glaube... Den hier werde ich doch recht schnell kriegen. Sehr schön. So. Dann... Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das und das. Brauche ich auch nicht mehr. Kann ich verkaufen. So. Wunderbar. Dass er welches hat, Halbert. Dass er welches hat. Hehehe. Der ist endlich fertig für heute. Hab schon Kopfkulasch. Oh, das glaube ich, Mappa. Das glaube ich. Wäre, glaube ich, bei mir nicht anders. Bei mir wäre der Kopfkulasch schon Brei. Aber der Vorteil ist natürlich auch, dass man es dann halt zu Hause machen kann, ne? Das stelle ich mir zumindest noch angenehmer vor, als wenn du dafür jetzt irgendwie nach außerhalb irgendwo musst. Wenn ich dann da vielleicht noch mit Maske oder so hinsetze. Und jetzt stelle ich mir dann noch unangenehmer vor. Immer Wolf. Ne, Bärenfälle brauche ich dann noch. Bären und Keiler. Ich wollte schon, wenn meine Nacht war, auch kurz. Ja, meine auch. Meine auch. Also ich glaube, ich habe bis... Also von 17 oder 18 bis 20 Uhr einmal gepennt. Und dann konnte ich bis zu 3 Uhr nicht mehr einschlafen. Dann habe ich mir, glaube ich, gefühlt 30 Mal noch die Bilder von dieser wunderschönen Kirche angeguckt. Das ist... Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich konnte die Nacht einfach nicht schlafen. Ich war immer noch so mega aufgeregt. Von dem ganzen Tag gestern. Ich konnte einfach nicht pennen. Und um 3 bin ich dann endlich so langsam eingeschlafen. Und dann hatte ich so einen leichten Etappenschlaf. Und schlafen, wach sein. Schlafen, wach sein. Schlafen, wach sein. 9 habe ich mich dann... Oder kurz nach 9 habe ich mich dann aus dem Bett gequert. So, eben hat man noch so viele Beeren und alles gefunden. Da ist einer. Unbesiedigte Beerenfäller. So, einen. Wir brauchen aber noch mehr. Das ist ja kein jungen Bär. Hinten sehe ich noch einen. Ich glaube, die Beeren dauern auch ein bisschen. Sie geben uns nicht gern ihre Fälle. Das ist nur ein Wolf. Den brauche ich nicht. Wetter so Wolf. Ich brauche jetzt hier noch so ein paar Keiler. Die Sau geht auch. 6 von 10. Wolf. Hier ist nur einer. So, die Keiler haben wir gleich. Okay. Das war eine Niete. Hier näher ran. So, zwei brauchen wir noch. Da hinten sind welche. Jetzt zusammen zu suchen ist echt letztend. Genau. Das war eine Unten. Also, wir TWO. Das war eine Tatsache. Das war eine Tatsache. Das war ein sehr. ganz ruhig. Und wir sind들을. Und wir sind da. Jetzt. D 먹는 Am sure zu müssen. Und wir sind einfach nur ein bisschen. Und wir sind Westen. Komm hier, mein kleiner Splitterhauer. Komm zu Mami. So, einer noch. Bitte sag, dass du jetzt auch droppst. Bitte, 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 bitte. Sonst brauche ich nur noch die Beeren. Ja. Manchmal hat man auch Glück. Also, ab auf Bärenjagd. Wo seid ihr, meine kleinen Berries? Ich würde mich eigentlich nicht zu weit vom Dockgeber entfernen. Es wäre natürlich cool, wenn wir heute die 26 noch schaffen. Okay. Okay. 5 von 10. Also, die droppen echt nicht gerne. Ja. Ich möchte auch nur die Fälle haben. Ja. Ich bin auch in Bären. Oh, und da hinten auch noch. Und wieder nichts. Ich mag diese Beeren nicht. Die Beeren sind scheiße. Nope. Ja. Doch. So. Eigentlich müsste so. So. 6 von 10. 4 Stück noch. Wobei, wir können das einmal verdoppeln. Uh, 3. Wir kommen da auch näher. So. 2 Bären noch. Es wäre schön, wenn es die nächsten Beine wären. Ja. Und noch einmal. Bitte, 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 bitte. Nein. Natürlich nicht. Der Letzte lässt jetzt auf sie warten. Ja. So. So. Aufträge abgeben. Dann wieder zum Hengstackerhof zurück. Dann denke ich, können wir auch wieder zurück nach Bray. Und vielleicht musst du dann in dieses Gebiet da unten wagen. Äh, ich guck aber jetzt noch mal. Hier, da in unserem Gebiet ist bisher noch nichts. Weiter unten müsste dann was sein. Geht mir gerade um diese Ruinen, die es hier noch gibt. Gut. Hier hätte ich gerne. Hm. Dafür gibt es überall noch 10. 10. Ruinen. Ruinen. Dann gibt es noch 5 Punkte. Okay. Äh, war wie bei mir in WoW. Hatte auch, glaube ich, 40 Sachen von irgendwas gebraucht. Und hab die ersten 30 Stück. Ging echt schnell. Habe ich, glaube ich, für die anderen 10 fast 2 Stunden gebraucht. Äh, da war übel viel. So viel Pech konnte man echt nicht haben. Ja, ist so. Ist so. Ja, hier geht es dann auch teilweise so echt mega schnell. Und dann plötzlich halt wieder mega langsam. Sodass du halt echt nichts kriegst. Das kann ich für euch tun. So. Einmal. Okay, das habe ich bereits gelernt. Und dann das einmal. So. Und jetzt zurück zum Hengstackerhof. Weil das ja auch direkt um die Ecke liegt. Hm. Hatte ich den Punkt schon verteilt? Nee, das wollte ich nicht. Ja. Den Punkt hatte ich bereits verteilt. So. Hält mal bitte einer die W-Taste für mich? So. Jetzt einfach mal so die W-Taste festkleben. So. Und wir reiten halt auch gerade drauf zu, ne? Oh. Kann ich mit uns rechnen. Alles gut. Ich glaube, das würde sowieso etwas schwierig werden. Mal die Hand durch den Monitor. Einfach so festhalten. Da oben ist der Hengstackerhof eigentlich sein. Da hinten. Schrebenhaft. Müssten wir gleich ankommen. Ja. Da oben ist er. Aber ich glaube, da liegt ja noch der kleine See dazwischen. Oder Teich. Ist eher ein Teich gewesen. In zwei Stunden haben sie das Ziel erreicht. Ich will gar nicht wissen, wie lange es dauert von Beutelsend oder allgemein vom Auenland. Hier hinten. Kann man ja, glaube ich, zumindest bis in die einsamen Lande. Ich weiß nicht, ob man danach auch noch weiter Ladezeiten gehen kann. Wie lange man dafür braucht. Einmal komplett durchzuweiten. Müssen wir mal ausprobieren, wenn ich weiß, wie lang es geht. Hier gibt es dann ja auch keine Ladezeiten. Hier weiß ich es nicht zu den Treuhöhen. Weiß ich es nicht. Ob es da auch eine Ladezeit für gibt. Ansonsten ist das doch bestimmt eine Stunde. Naja, eine halbe Stunde vielleicht. Vielleicht eine halbe. Müssten wir mal die Zeit stoppen. Hallo Lissi. Hallo Lissi. Was kann ich für euch tun? Na. Müsst du und zu. Uh. Ist sogar besser. Ist tatsächlich sogar mal besser als das, was wir tragen. Wie sieht unsere, ah, ich wollte gerade fragen. Wie sieht unser Ausrüst so gar nicht aus? Ich bin echt froh, dass wir Ziel wegtragen. Ich hätte ja gerne diese Pferdchen. Ich und das Pferdchen. Rüste, Herbstwiesen. Zweimal? Wie gibt es das denn zweimal? Rüste, Herbstwiesen. Oder man kauft es sich mit diesen Mitri-Münzen. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug. Warte mal. Nö, nicht mal Ansatzweise. Könnte mir gerade mal... Ne, 30 könnte ich mir gerade mal holen. Versuche ich es lieber auf dem Herbstfest. Äh, jetzt einmal nach Brena. Kann ich mir heute da importen. Und das ist ja, jetzt einmal nach Brena. Ich bitte noch mal. Willi, was ihr euch morgen sehen? Ich glaube, es ist eigentlich nicht mehr in den Augenblick. Na, wenn ihr euch jetzt kommt, ich dann in den Augenblick auf, Untertitelung des ZDF, 2020